Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, äh, Plag, Tate, Innocent. So, jetzt haben wir's. Mein Kopf. Weiter geht's hier, würde ich sagen. Ich sag's doch, ganz langsam. Nicht anhalten. Weiter. Oh. Sorry. Wo? Hat keiner gehört. Kann er nur hin sein. Denk nach, Amicia. Denk nach. Ist das ein, ein Dorf? Hier? Okay. Hey, wartet. Hat jemand ein Kind vorbeikommen sehen? Bitte. Oh, Amicia. Fühlst du dich besser? Wie geht es dem Kleinen? Claire, wie? Seid ihr das? Habt ihr Ugo gesehen? Hast du ihn wieder angeschrien? Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten sind hart, da muss man sich nicht auch noch streiten. Aber wir haben uns nicht mehr gestritten. Amicia. Ein Kind läuft nicht ohne Grund davon. Öffnet die Tür. Ich werde ihn finden. Na schön. Aber sei vorsichtig. Danke. Okay. Ein bösartiger Wind kündigt sich an, Amicia. Was ist das? Was geht hier vor? Amicia? Ich hab auf dich gewartet. Komm mit mir. Ja, das stimmt. Ja, schreckliche Dinge. Blut vergisst sich so leicht, aber zu lieben, zu beschützen. Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Mama, da draußen ist ein Geräusch. Ugo, das ist er. Ach du Scheiße. Mutter? Amicia, komm her. Ja, Mutter. Dein Bruder ist hier. Wie geht es ihm? Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. Aber ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... Seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Er will dich nicht sehen. Mit wem redest du, Mama? Ich muss zu ihm. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Boah. Dann geh. Sieh selbst. Machen wir. Ugo. Ugo. Ugo, geht es dir gut? Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Ugo. Das stimmt nicht. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du bist eifersüchtig. Eifersüchtig. Lass mich los. Der Pferdeschwanz macht auch irgendwie Bewegungen von sich selbst oder so. Das sah schon ein bisschen verdächtig aus mit dem Pferdeschwanz. Er hat einen Eingegen geführt. Er hat einen Eingegen geführt. Man scheint. Boom. 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 Wo bist du? Lass mich in Ruhe. Fein. Lass mich los. Das gäbe nochmal eine schöne Prämie obendrauf. Da habt ihr euch also... Amesia! Ich bin hier. Alles wird gut, Ugo. Es ist vorbei. Hey, geht es dir gut? Sie haben dir nicht wehgetan, oder? Nein. Aber warum bist du davon gelaufen? Ich hab Mama gehört. Sie hat nach mir gerufen. Das muss ein Albtraum gewesen sein. Nichts weiter. Ich dachte wirklich, dass sie es war. Sie hatte Schmerzen und... Sie hat keine Schmerzen, wo sie jetzt ist. Darüber haben wir doch gesprochen. Aber... Sie ist fort, Ugo. Das musst du akzeptieren. Gehen wir zurück. Ja, machen wir. Wir müssen zurück zum Chateau. Und da ist auch das Chateau. Mama? Amesia, das ist Mama. Ach, was? Es kommt von da drüben. Wir müssen gehen. Nein, du gehst da nicht hin. Aber warum? Lass mich los. Ugo. Ja, das war doch klar. Ich komme, Mama. Komm zurück. Ugo. Mama, wo bist du? Nein, Ugo. Da. Sie ist da drin. Mama. Hör auf. 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 Nein. Ugo, ich brauche dich. Ach, du Scheiße. Wo sind wir denn hier gelangt? Das ist nicht Mama, Ugo. Mama, ich kann dich nicht sehen. Nein, nein. Haltet den Mund. Lasst mich gehen. Alter, was passiert hier? Ich habe es für ihn getan. Und ich würde euch wieder töten. Ich würde euch alle töten. Nein. Nicht jetzt. Ugo. Was tust du mir? Das ist doch kein Ort für ein Kind. Mach sie nicht an. Nein. Nein. Okay. Das von ihm. Was passiert hier? Es ist niemand da. Komm. Geh dir. Sag mir zu deiner Mutter. Ugo. Ugo, nicht. Ich werde. Ich werde. What the fuck? Was zur Hölle geht hier ab? Busse. Ja. Blutlinien. Okay. Okay. Es ist fertig. Kann ich jetzt zu ihr? Wer weiß. Das wird der Großinquisitor entscheiden. Aber ihr habt gesagt. Meine Worte spielen keine Rolle. Nur die des Großinquisitors. Hm. Okay. Okay. Aber sei versichert. Dass du ihm sehr wichtig bist. Wie schwer, Ugo? Ihr habt mir wehgetan. Ich muss Mama finden. Wir spielen, Ugo. Hoffentlich haben wir Superkräfte. Mein Kopf. Hört auf. Ruhe. Okay. Das ist jetzt die vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Bald. Die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist ein Opfer nicht der Rede wert. Ja. 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 Was ist das? Man muss wahrscheinlich mal Stück für Stück entlang gehen. Was ist das? Oh, das ist ganz schön groß. Wo ist Mama? Das ist eine gute Frage, Hugo. Materie aller Materien. Einzigartiges Gold. Ich breche dich, um den Weg zu öffnen. Den Weg zum Blut des Auserwägen. Ah ja, das war's denn komplett, wenn man entdeckt wird. Das ist Mais. Oh, das ist ganz schön groß. Wo ist Mama? Materie aller Materien. Einzigartiges Gold. Ich breche dich, um den Weg zu öffnen. Den Weg zum Blut des Auserwählen. Folgen wir ihnen einfach mal und noch fällt. Da kommt jemand. Medicus, wie geht die heutige Veredelung voran? Okay. Die Qualität ist exzellent. Aber die Menge des rohen Episanduels schrumpft. Unsere Sammler fallen den Ratten zum Ort. Gebt euer Bestes. Das Leben des Großinquisitors hängt von der Qualität eures Destillats ab. Ah, okay. Wir müssen natürlich kleiner denken. Der Körper des Großinquisitors wird vom Biss überwältigt. Ich habe Angst, dass er seinen Geist angreift. Keine Sorge, das Blut des Jungen wird das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellen. Möge seine Seele dies unbeschadet überstehen. Okay. Art Lucan. Art Lucan. Was auch immer das die Leute mag. Hoppala. Na na. Ah. Bitte, 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 bitte. Wir haben es geschafft. Wir haben es schon mal bis hierhin geschafft. Hey, da unten. Das Destillat verdickt sich. Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter auskratzen müssen. Gut, dass wir so klein sind. Dann fallen wir auch nicht auf. Aber wir machen hier an der Stelle einen Cut. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschalten. zu Poliskamort. Ich wüsste, wie es läuft. Bis dahin. Haut rein.